Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Von der Firma Brook stelle ich euch jetzt den neuen Glycerin vor in seiner neunten Generation. Und das ist ein Special Make-up, ein SMU, eine Farbstellung, die es nur bei Runners Point zu bekommen gibt. Der Glycerin ist ja das Topmodell in der Dämpfungskategorie und er besticht durch sein außergewöhnliches Design. Er verfügt über das revolutionäre adaptive Dämpfungssystem Brook's DNA. Das heißt, der Läufer bekommt je nach Gewicht und je nach Geschwindigkeit mehr oder weniger Dämpfung. Er verfügt über eine zusätzliche Vorfuß- und Fersendämpfung und große Flexkerben. Im Vorfußbereich machen den Glycerin in der Abrollbewegung sehr dynamisch. Grobporiges Mesh-Gewebe machen den Glycerin sehr atmungsaktiv und die Überzüge im Mittelfußbereich geben die entsprechende Stabilität in der Bewegung. Wer viel Dämpfung und viel Komfort sucht, gerade auch jenseits der 10 Kilometer, der ist mit dem Brook's Glycerin bestens aufgehoben. Er richtet sich an alle Neutralläufer und Läufer mit Suppination. Und speziell diese Farbvariante bekommt ihr nur in unseren Runners Point Filialen oder hier im Shop unter www.runnerspoint.com. www.runnerspoint.com.